Willkommen zurück zu Let's Play, KTA aus Andreas, yeah, und wir sind wieder in San Fierro, ich bin ja in Los Santos gelandet, letztes Mal, wegen der Mission, bin jetzt die ganze Strecke zurückgefahren und wir machen hier weiter mit unserer Werkstatt-Mission, yeah. Ja. Hier, take mine. Where'd you get that? Same place about my pants, Holmes. This is America. Startet Cheesy ein Besuch im Pleasure Doms Club ab, yeah, jetzt können wir Cheesy erledigen und ich habe einen Schalldämpfer von Cesar bekommen, obwohl ich schon einen habe, brauche ich zwar nicht, aber egal. Er hat seine Knarre gesucht, ich habe die doch immer bei mir, das war schlecht, das war dumm. Und wir haben wieder das geilste Wetter, aber das ist ja... Oh, Jungs, ich will doch nur die Mission machen, lasst mich in Ruhe. Lasst mich doch einfach... Boah, ist das Wetter beschissen, ich hasse das Wetter. Äh, ja, Cheesy erledigen, geil. Da freue ich mich drauf. Das ist jetzt so toll, aber... Ich habe ja einen Schalldämpfer bekommen, also muss ich das leise machen. Darf nicht einfach rumpa, dann muss ich mit Strategie angehen und ruhig sein. Ist zwar nicht so meine Art, aber egal. Ich kann nicht fahren. Ich kann nicht fahren. Der hat doch bestimmt so viele Leute um sich. Security-Leute und so. Was mache ich hier? Geile Abkürzung. Warum Straßen benutzen, wenn es so Abkürzungen gibt? Boah, brauche ich lang. Brauche ich lang zur Mission. Oh, ich darf endlich mal in den Club rein. Mal schauen, was es da so gibt. Kann man da auch rein, während man nicht in der Mission ist. Bestimmt. Wenn man drin war, kann man bestimmt auch so rein. Ist ja meistens so. Aber ist mir jetzt egal, ich... Boah! Okay. Das war geil. Da stehen auf einmal zwei Security-Männer. Ich bin ein Arbeitskollege von ihm. Geht durch das Oberlicht, um in den Club zu gelangen. Boah, jetzt müssen wir das so machen. Hü! Auf einmal stehe ich auf dem Auto. Okay. Oh, eine schöne Limo hat er. Und wie kommt man da... Wie kommt man da hoch? Ähm... Da muss doch irgendwann eine Lade geben. Hä? Hä? Hallo? Ach, fuck. Muss ich von der Brücke oder wat? Ich muss jetzt nicht von der Brücke runterspringen. Doch, scheint so. Oh, wie geil. Oh, wie toll. Oh, wie toll, ey. Geht das? Klappt das? Wird das gehen? Ich guck mal. Ich fahr mal hoch. Wenn das jetzt nicht klappt und ich fahr da umsonsten. Doch, das muss... Das muss so gehen. Anders kann ich mich jetzt nicht vorstellen. Da war ja keiner Leiter oder so. Boah. Ich will jetzt nicht da außenrum fahren. Ich hole mir da oben ein neues Auto. Toll. Komm. Das will ich haben. Yes. Raus mit dir. Hier fahren sauf die Polizisten rum. Das ist unglaublich. Ähm... Kann ich... Boah, nein. Boah, fuck. Oh, Junge. Muss ich jetzt hier zu Fuß weitergehen? Ach, du Kacke. Ja, das kann auch ein bisschen dauern. Und vielleicht habt ihr gerade in Summen gehört. Das war eine Mücke, die ist direkt am Mikro vorbeigeflogen. Vielleicht hört man die in der Aufnahme. Die wollte auch mal was sagen. Oh, CJ. Oh, ich hasse das, wenn der nicht rennen kann. Ich muss mal die... Die Einbrecher-Mission machen. Habe ich ja schon angefangen. Habe ich ungefähr 2000 Dollar geklaut. Wenn man 10.000 Dollar klaut... Dann, äh... Kann CJ unbegrenzt rennen. Und da soll ich jetzt runterspringen? Ist das denn ihr Ernst? Äh, bin ich so dumm? Da ist doch eine Leiter... Oh, Gott. Fail. Ich mach... Ich mach das auf meine Art. Da kann man doch rum... Da, oder? Ach du Scheiße. Wie bin ich denn da vorbeigelaufen? Eieiei, das war ein sehr großer Fail. Und jetzt habe ich ein bisschen Energie abgezogen bekommen, aber ist egal. Ist egal. Schleich dich an Skisä heran. Du brauchst diese Nummer. Geiler Club. Da geht ja gar nichts ab. Äh... Wo ist der denn? Der ist unter mir. Da stehen doch bestimmt welche. Oh, das war fehl. Oh... Oh, die Mücken, die Nerven. Oh, schöne Sitze. Okay, da unten ist der. Wie komm ich denn da am besten hin? Äh... Scheiße, wie komm ich da hin? Hä? Da dann? Hallo? Ich bin einfach mal runtergesprungen. Oh, was ist denn heute los hier? Soll ich die erledigen? Okay, wunderbar. Ich erledige die jetzt einfach, oder? Yeah, ihr Mitroller. Ich bin richtig Agenten-mäßig. Wo waren die jetzt? Okay. Sie ist am Koksen. Ich bin... Oh, ich bin echt... What a dick! Ey, Jizzy, I need to holla at you. Well, talk then, friend. I mean, that's all we ever do. Kind word here, wise saying that, shit. I'm a walking book of Proverbs. Naw, you fucked up. Come on, man. Hey, I get it wrong, you know. I'm imperfect, you know, like, ey, not a kind man, not a wise man, you know, not a smart man, but dear Lord, I tried. No, you fucked up when you trusted me, player. Come on, baby. Ass selling. Yay, push you. Piece of shit trash. Oh, Lord. What are you waiting on, huh? Somebody catch this nigga, man. Jesus, komm, schnapp ihn dir, was? Ich hab ihn doch gehabt, knall ihn doch einfach ab. Sack. Ja, die Nutisch ist auch, ist klar. So, wo, wo, komm her. Komm her, Junge. Ich mach dich fertig. Dich hab ich gesehen, du Arschloch. Und dahinten steht noch einer. Das war dumm. Scheiß, schieß hier. Komm her, Junge. Ich mach dich fertig. Boah, jetzt Verfolgungsjagd. Za, was? Fehl. Ach du Scheiße. Das war zu hektisch. Das war zu, zu übertrieben. Meine Fresse. Ah, bis gleich. So, ich bin nochmal da und jetzt haut er wieder ab. Schieß dann kommt mit dem Handy. Schnapp ihn dir. Und mit der Demo. Schieß dann. Diesmal nicht das Auto kaputt schießen. Boah, das... Aber wie mach ich das denn? Einfach so oft rammen. Bisschen Drive-Ball mäßig machen. Boah, der fährt wie eine Sau. Ich dachte, er war frei. Ich muss Drive-Ball machen. Andersher geht das ja nicht. Ich hab dann letztes Mal einfach den Tank getroffen. Das war Unglück. Oh, fuck. Jetzt brennt er schon wieder. Komm, cheesy. Biss gleich zurück. Du hast keine Chance. Äh, jetzt brennt er? Okay. Jetzt rennt er weg. Wo ist er denn? Cheesy. Cheesy. Zack. Schnapp dir das Handy. Ging doch. Was zum? Hier explodiert alles. Du hast das Handy und jetzt? Direkt ein Anruf, oder was? Hey, Mann. Was geht's? Ich brauche, dich an Piers 69 zu treffen. Wir werden den lokalen Syndicate runternehmen. Okay, Holmes. Du brauchst etwas Backup. Nein, Mann. Ich hab's getroffen. Boah, 12.000, das war viel. Das war viel. Das war viel. Alles klar, hat ja dann doch noch gut geklappt. Hier sieht's aus. Ich war das nicht. Hä, haut einfach ab, geil. Alter, was geht mit euch hier ab? Alpha. Yeah. Yo. Oh, hier, ein Haus kaufen. Wie viel kostet das denn? Nur 20.000. Ja, aber jetzt nicht. Ja, also ich gespeichere und das war's dann mit der Mission und dem Part und ich wünsche euch viel Spaß beim nächsten. Tschau, tschau.